Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 2016 und wir zocken weiter Ultimate Team und es geht los, wir spielen weiter online gegen andere Spieler, wir können ja gar kein Einzelspieler-Modus mehr spielen, weil wir keine Teamchemie haben dafür, die mindestens 70 sein soll. Ja, herzlichen Glückwunsch und ja, jetzt müssen wir uns hier weiter durchschlagen mit unseren ganzen Leihspielern, die alle scheiße sind und Deutschland, Deutschland So, was hat er wieder? Ja, es ist nur ein bisschen besser als meine Mannschaft, aber was soll's, Alter, ist ja kein Problem. Man gönnt sich ja sonst nichts. Teamchemie 100, unser Team ist wieder der letzte Scheiß. Leute, das ist so nervig, deswegen habe ich keinen Online-Modus mehr gespielt, aber wir schaffen den Aufstieg trotzdem, ich glaube daran. Wir haben im letzten Spiel auch schon genauso einen fast besiegt, weil wenn man im Endeffekt der bessere Spieler ist, dann kann man das trotzdem schaffen. Boah, den hat er gut gehalten, der Gommes. Oh, okay. Okay. Na, das war ja mal wieder ein Spitzenball. Ja, sauber, ey. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der war doch abseits, aber dann wohl nicht. Komm, sagt mir nicht, dass der Adler da noch dran war. Oh, nein! Na, das wird schon wieder anstrengend, weil unsere Spieler auch einfach nichts können, Alter. Die können nicht verteidigen, die können nicht angreifen, die können gar nichts. Es ist einfach so. Die können vor allem nicht zusammenspielen, das können sie überhaupt nicht. Die spielen alle so dumme Pässe, dass es schon weh tut. Ja, sowas zum Beispiel, Mann. Ich mach einen Steilpass und er ballert ihn in die Bedulje, Alter. Was soll das? De Jong, der schon fast tot ist. Oh, das war das 1-0, glaube ich. Oh, fast. Den kann man schon mal festhalten, muss ich sagen. Nein! Was macht er da? Wo ballert er ihn denn hin? Oh, das muss rot geben. Das muss rot geben. Wenn er jetzt nicht rot gibt, dann verstehe ich nicht, warum er bei mir die letzten Male rot gegeben hat. Ja. Sauber. Nee, Freischuss kann ich so nicht schießen. Schade. Ja, sauber. Das 1-0. Kein Abseits. Was war das für ein geiles Tor? So ein geiles Tor habe ich selten gesehen. Guck mal, das war irgendwie ein Schuss. Nee, das war echt so eine Flanke. Okay, ich glaube, das sollte eigentlich ein Schuss sein, aber... Das war für mich auch ein Foul, aber gut, wenn er das nicht möchte. Abseits. Na, komm. So. Oh, warum? Warum, Riedewald? Warum? Oh, sehr schön von Rondon. Und da haben wir das 2-0. Rondon, unser Leihspieler, macht es. Da haben wir die Lücke in der Abwehr ausgenutzt. Und da haben wir die Lücke in der Abwehr ausgenutzt. Nein. Aus. Ha. Pech. Schade. Kommt schon. Boah, wie sie manchmal einfach so den Ball abnehmen können, weil sie einfach die viel besseren Spiele haben. So, Halbzeit. Ja, eigentlich müsste ich auf den Außenbahnen wechseln, aber das kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht. Meine Spieler, äh, sonst... ...laufen die Verträge weiter aus. Wisst ihr, ich brauche die Spieler, um die ganzen Spiele bestreiten zu können, die ich so bestreiten muss. Alter. Huuu, Eckball. Wenn das der 2. Sieg werden würde, dann wären wir Liga 8. Und das mit dieser Drecksmannschaft. Die wirklich scheiße ist. Oh, da läuft keiner richtig mit. Oh, shit. Okay, das gibt nochmal... Ich würde sagen, gell? Okay, ne an Dinho hat er sogar. Mann, 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 ey. Hä? Ach, seine Mauer. Äh, nochmal eine Karte gezeigt. Ah. Shit. Also, die Idee war ganz... Also, hat fast geklappt. Nein. Okay, das ist doof gelaufen. Schöne Ballannahme von Luc de Jong. Also, so gar nicht. Der Thiago. Nein. 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 schön auf den Torhüter es wird jetzt noch mal ein bisschen krisselig dadurch dass unsere Spieler alle keine Ausdauer mehr haben vor allem die in der Offensive sind da echt bedient und da haben wir das 3-0 schön mit der Hacke noch weitergeleitet der Gegner hat das Spiel verlassen alles klar und ich würde sagen das war es mit dieser Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich freuen wenn ihr ein Abo, ein Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet und ich würde sagen in der nächsten Folge haben wir den nächsten eventuell schon den nächsten Aufstiegs-Save schauen wir mal bis dann ciao